Musik 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 Okay, leeres Fläschchen. Mal sehen, ob ich die schon herstellen kann. Ich meine, wenn ich den Namen höre, fühlt mich etwas angesprochen, obwohl er anders geschrieben wird, tatsächlich. No. Leeres Fläschchen. So. Boah. Weißes Sumpfmilchkraut. Achso, jetzt habe ich hier die ganzen... Egal, dann kommt halt der Fisch erstmal hier rein. Alles raus, was keine Miete zeigt. So, das Haus, wo es müsste ist... Großer Hauswurz. Sonnige Ebene. Micky, warte mal. Du hast da was Blaues über dem Kopf. Ich will mit dir reden. Wir haben einen schwimmenden, glänzenden, äh, Angel gefunden. Glitzernd, hm? So sah Mini aus, als sie verirrt war. Wie, wie kann ich helfen? Könnten wir den Streamlight-Verstärker ausleihen? Natürlich, hier nimm ihn. Danke. Jupp. Jetzt einmal... Da hin. Und jetzt wieder auf Blümchenjagd gehen. Das Ding muss ich erstmal wieder finden. Da hinten ist eins. Kilometer um Weg gehen, wenn ich da rüberkomme. Bin ich froh, wenn ich da über die Brücke gehen kann. Weißes Sumpfmilchkraut. Weißes... Sumpfmilchkraut. Da. Dichtung des Vertrauens. Ei, 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 ei. Der findet mal Weißes. pilz habe ich dann heute schon geerntet das ist lila nass ist kein doch das war weiß ist okay ich muss einfach so ausschalten was grün ist und ich weiß der werkbank her achso das kann ich einmal aufheben wenn ich gerade mal hier bin das kann ich immer herstellen merlin geben du bist hier schön denn uns bleibt nicht viel zeit ein ziemlich starker duft den oder aufgewirbelt hast nicht wahr das sollte genügen riecht großartig vielleicht würde dagobert ist gerne als neuen duft verkaufen aber das ist ein thema für einen anderen tag das ist dies versuchen ja genau wie ich vermutet habe der geruch hat die zeitkapsel entriegelt was das öffnen und untersuchen des inhalts angeht nun das überlasse ich dir ich hätte es selbst nicht besser ohne riecht mit donald der am Arsch der Welt ist. Hallo. Oh Junge, Aldai, du musst die Zeitkapsel geöffnet haben. Ich fange an, mich an mehr Dinge zu erinnern. Da befand sich eine Karte, auf der drei Orte auf der sonnigen Ebene eingezeichnet waren. Drei Orte auf der sonnigen Ebene? Dort muss ich alles versteckt haben, was ich für mein spezielles Projekt brauche. So, schauen wir nach. Yay. Ich finde die Orte aus der Erinnerung. Okay. Äh, too late. Wir haben auf jeden Fall auch bald mehr als genug zusammen. Okay, warte, da kommt man hoch. Also einmal da an der Kante. Irgendwo hier. Äh, okay. Was ist denn da, äh, in der ganzen Kiste? Warum kriege ich keine auf? Da muss irgendeine Magie dahinter stecken. Wir sehen aus wie Minnie, als ich hier, äh, hier und dort versteckte. Das ist es. Sie steckte zwischen den Welten fest. Du hast Mickey mit dem Dreamlight Verstärker geholfen, sie zu befreien. Wette, Mickey hat ihn noch. Werde ihn fragen, ob ich ihn mir ausleihen kann. Aber haben wir ihn nicht eigentlich schon mit? Ich hab ihn ja eigentlich schon. Gott, Alter, das ist frustrierend. Vor allem, du hast ihn halt eigentlich mit, ne? Der ist im Inventar. Und trotzdem. Ich bin froh, dass du das ganze Ding keine Teleportkosten hier verursacht. Ich will jetzt vorher nicht lange suchen. Leuchtet alles. Wow, sieh dir das ganze Zeug an. Es ist ein Haufen mechanischer Dings, das. Und Zauberhöhe, äh, Zauberhöhezahle. Ich erinnere mich, Zauberhöhezahle. Ich erinnere mich, ich wollte einen Brunnen für das Dorf bauen. Oh, aber es fehlen noch ein paar Teile. Und selbst wenn ich sie alle hätte, wüsste ich nicht, wie ich ihn bauen könnte. Na toll. Gebt bitte den Dreamlight Verstärker. Ich bringe ihn, Mickey, zurück. Danke. Und das Level 10. Äh, hey Adaria. Ich weiß, wie, äh, wie wir mal ein spezielles Projekt vorzustellen können. Hast du Zeit, mir zu helfen? Jupp. Ich bin durch die sonnige Ebene gegangen und habe Ausschau gehalten, ob es Anzeige von Ärger gibt. Sehr mutig von dir. Du suchst immer nach Möglichkeiten, dem Dorf zu helfen. Das ist wirklich inspirierend. Bin eben sehr inspirierend. Was hast du auf der sonnigen Ebene gefunden? Einen alten Lagerplatz. Ich glaube, das ist der, den ich mit Christoph angelegt hatte. Wir dabei waren, das Dorf vor dem Vergessen zu retten. Ich weiß noch, dass ich dort etwas sehr Wichtiges versteckt habe. Folgt mir, wir können zusammen danach suchen. Hm. Ah ja, das ist seine letzte Aufgabe. Sehr gut. Dann können wir für uns da auch direkt rum. Dann ist Donut nämlich auch fertig. Ich suche den Lagerplatz. Hier. Seht ihr das an? Hm? Was ist das? Das ist eine Notiz von mir. Ich meine, von mir in der Vergangenheit. Ich habe mich schon vor dem Vergessen immer in Notizen geschrieben, damit ich nichts vergesse. Äh, das ist eine gute Angefohnheit. Das würde ich vielleicht auch mal machen. Ja, ich habe jede Menge davon. Lesen wir die Notiz und finden heraus, was sie auf keinen Fall vergessen wollte. Sie ist zur Erinnerung daran, dass ich im Vergessenen Land etwas bauen wollte. Der Ort könnte wirklich etwas Verschönerung gebrauchen. Genau, wie ich dachte. Hey, ich frage mich, ob die Teile, die wir gefunden haben, für diesen Brunnen sind. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte vor, einen Dreamlight-Brunnen zu bauen. Fantastisch. Stellen wir ihn also fertig. Wir müssen den Rest meiner Anleitung finden. In meiner Notiz steht, dass es im Vergessenen Land in der Nähe der Ruinen einen weiteren Lagerplatz gibt. Das müsste ungefähr da sein, wo du den Brunnen bauen wolltest. Hier steht, dass ich die Anleitung für den Bau des Brunnens vergraben habe. Geh voran. Ich fürchte mich vor dem Vergessenen Land, aber du bist dran, voranzugehen. Klar doch, kann ich machen. Gut. Sehr schön. Und finde den zweiten Lagerplatz. war der nicht irgendwie hier hinten? Hier? Ja. Genau, hier. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Anleitung für den Bau des Dreamlight-Brunns gefunden. Das wird das Vergessenen dann verschönern. Ja, wenn wir damit fertig sind, wird es das schönste Ort im ganzen Dorf. Was müssen wir tun, um dieses Ding zu bauen? Wir müssen alles besorgen, was ich aufgeschrieben habe. Steine, Eisenwaren, Erde, Hartholz und Lehm. Natürlich alle Teile des Brunns, die ich vergraben habe. Hier, nimm die Wasserpumpe, die Becken, die Turbine und die Verteiler. Wenn du alles weitere hast, dann baue den Dreamlight-Brunnen und triff mich im Vergessenen Land. Ich muss noch einiges planen. Ähm, sie hat sie doch nicht mehr alle. Okay. Ach, Remy ist auch schlafen. Ach ne, der war ja schon schlafen. Ähm, Ich hole auf jeden Fall erstmal die Sachen. Ein bisschen was habe ich ja hier. Steine. Das kann ich hier wieder zurückpacken. Na, Hartholz. Ich habe ja noch mehr, aber... Teile vom Brunnen. Und hier drin ist dann auf jeden Fall noch was. Weißt du, wie viel er ich brauchte? Okay. Das war genug. Okay, Lehm habe ich nicht genug. War ja überhaupt nicht genug. Ich hole dich auf jeden Fall. Okay. Ich hole dich auf jeden Fall. Okay. Ich hole dich auf jeden Fall. Ich hole dich hoch. okay dann brauche ich noch leben ich dachte ich hätte mehr leben meine ich ich So, das habe ich dann auch. Ich meine, ich brauche Lehm. Ich bin um die Erde. Der halbe Sumpf besteht eigentlich nur noch aus Löchern. So, wunderbar. Wo können wir den Brunnen herstellen? Dann wieder ins vergessene Land. Und jetzt auf Donut warten. Donut, du kannst dich mal ein bisschen beeilen, ne? Also der schnellste ist er nicht. Donald! Lauf! Put, 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 put. Apropos, ich wäre einmal ein anderer Begleiter. Wie ist das komisch? Eigentlich würde ich da nicht die ganze Zeit hinter mir... Hier, komm, ich will wieder ein Versperren haben. Da ist Donut. Nein. Wann mal geben? Ich habe den Dreamlight-Brunnen gebaut, genau wie du es wolltest. Prima, das wird langsam. Ich werde ihn im vergessenen Land aufstellen. Ich kenne die perfekte Stelle dafür. Klar doch, hier bitte sehr. Gut, muss ich wenigstens das nicht machen. Hey, ich habe noch eine tolle Idee. Warum laden wir nicht ein paar Freunde ein, um unsere getanen Arbeit zu feiern? Fang dieses Band beim Brunnen an, damit er für unsere große Feier geschmückt ist. Okay. Oh, nein. Ja. Donut, du bist witzig. Ähm. Ich wollte gerade sagen... Sieht man aber nicht alle. Ich habe egal. Das vergesste Land sieht jetzt viel schöner aus. Danke für deine Hilfe. Ähm. Wir wollen nicht vergessen, dass das dein Plan war. Auf jeden Fall. Super genial. Weil ich so ein guter Freund bin, habe ich ein Geschenk für dich. Als Dank dafür, dass du auch so eine gute Freundin bist, Altaria. Mhm. Mhm. Yay. Ich krieg schon ins Oberteil. Aber wir haben ihn fertig. Ich meine auch, wenn wir nicht viel geschafft haben. Aber das haben wir heute geschafft. Wir sind eine Freundes-Quest-Reihe fertig. Von vielen. Wir haben noch nicht mehr. Werkbahnung. Leitungssets. Aufgaben. Es wird weniger. Es wird weniger. Es wird weniger. Es wird weniger. das dauert halt noch aquamarine wasser das geht ja eigentlich recht fix das Das lebe ich immer auf. Hallo. Ich erinnere mich an etwas über ein paar Blumen. Das ergibt Sinn. Ich erinnere mich nicht mehr, was es genau war. Vielleicht kann ich mich an mehr erinnern, wenn wir zusammen in den Wald gehen und welche pflücken. Och, komm. Warum? Was haben die immer alle mit den Blumenschlucken? Ich finde ein paar Blumen aus Varianis Erinnerung. Die da wären. Das weiß ich jetzt auch. Okay, warte. Irgendwelche komischen Weißen, die runterhängen. Weiße Glockenblume. Weiter Tapferkeit. Das andere können weiße Gänselblümchen gewesen sein. Ähm, Erinnerung. Erinnerung. Kann ich die nicht einfach... Kann ich die nicht einfach... Ah, doch. Das auch. Das Holz sammle ich trotzdem mal. Das hier ist es nicht, ne? Ah, doch. Okay. Es ist egal, welche Blumen. Außer Blumen. Das ergibt Sinn. Okay. Soooo. Drei Stück noch! Dann ist er glücklich. Da hinten noch welche. Okay. Oh, Erinnerung. Ich erinnere mich, dass ich mit Maui dort war. Warum haben wir im Wald nach Blumen gesucht? Vielleicht erinnert er sich an etwas. Wir sollten ihn fragen. Spricht mit Maui. Oh, nett, nett. Maui? Ah, er ist im Restaurant. Okay. Gut. Ruchzobi. Okay. Spricht mit Maui. Das wollten wir machen. Gut. Wir müssen weiter. Äh, weißt du noch etwas über Blumen? Weißt du noch etwas über Bergbau? Mal sehen. Ich habe im Wald der Tapferkeit ein paar Steine abgebaut. Aber da war noch etwas anderes. Ja, ich erinnere mich. Vajana hat Früchte für mich gepflückt, weil ich Hunger hatte. Okay. Bis bald. Okay. Beeren. Oh, hallo Vajana. Hallo. Eine weitere Erinnerung. Und es passt zu dem, was Maui gesagt hat. Ich erinnere mich an diesen Teil. Ich habe das Gefühl, wir waren nicht allein. Uff, ich übersehe etwas. Lass uns ein paar Früchte im Wald pflücken. Äh, wenn es so ist wie früher, erinnere ich mich vielleicht an mehr. Komm einfach wieder. Ich stehe definitiv hier. Hm. Früchte pflücken. Kriegen wir auch hin. Müssen es bestimmte Früchte sein? Ich hoffe nicht. Hallo. Nein. Nein. Bis bald. Oh, der Schweinchen. Du hier. Oh, wie konnte ich nur meinen Freund Pua vergessen? Das süße kleine Schweinchen muss große Angst haben. Pua war nicht bei uns, als Mau und ich das Dorf nach dem Vergessen verließen. Pua muss sich hier irgendwo verstecken. Pua ist so süß. Auf jeden Fall. Aber er muss sich auch sehr verloren fühlen. Muss meinen Freund finden. Kannst du mir helfen? Ich werde dir helfen, Pua zu finden, denn du bist meine Freundin. Danke. Ich weiß deine Freundschaft wirklich zu schätzen. Pua muss sich irgendwo im Dorf verstecken. Ich wette, wir können Pua mit etwas essen und seinem Versteck locken. Kokosnüsse wären perfekt. Komm einfach wieder. Ich sind wirklich hier. Habe ich im Dingenskasten da. Äh, hier. Kokosnüsse. So, weil ich die ganzen Sachen erstmal nicht brauche. Aber ich kann hier. Einmal. Zweimal. Bringen Vajana die Kokosnüsse. Würde ich gerne. Wenn ich endlich dürfte. Und Vajana ist jetzt nochmal wieder wo? Da unten. Kann sie nicht mal an einem Ort bleiben? Wie schnell ist die denn bitte? Rajana. Lauf nicht weg. Ich bin direkt hinter dir. Rajana. Hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Hier. Nimm. Hallo. Nimm das und sei glücklich. Ich habe alles was ich brauche. Danke. Mit den Kokosnüsse kann ich Pua herauslocken. Oh. Noch eine Anführerscherbe. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Du hier. Großartig. Denn wir haben viel zu tun. Danke Daria. Ich werde diese Scherbe zusammen mit der anderen aufbewahren. Und ich werde mir überlegen wie ich Pua aus seinem Versteck locken kann. Falls ich eine Idee habe, werde ich dir Bescheid geben. Damit wir Pua gemeinsam finden können. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Und ich kann direkt. Hallo. Annehmen. Ich habe meinen Plan in die Tat umgesetzt. Nachdem du mir die Kokosnüsse gegeben hast. Willst du mitkommen um zu sehen ob Pua sie sich geholt hat? Ja. Ich weiß nicht was Daumen drücken bedeutet. Aber es klingt gut. Folge mir. Auf Wiedersehen. Wenn man dafür Level 8 brauchte. Vielleicht kriegen wir Vajanas Ding hier noch durch. Wäre natürlich nicht richtig cool. Sieh mal. Jemand hat versucht die Kokosnüsse zu öffnen. Aber er hat es nicht geschafft. Ich wette das war pur. Woher weißt du das? Hier sind doch nur Sand und Kokosnüsse. Wenn man mit einem Schwein aufwächst, weiß man, wie man die Zeichen erkennt. Könntest du pur folgen? Und ich bleibe hier, falls mein Freund zurückkommt. Wie ein Schwein. Äh. Ich weiß nicht wohin Pua gegangen sein könnte. Ich weiß. Vielleicht hatte er Durst, nachdem er die Kokosnüsse öffnen wollte. Such nach einem Ort, an dem Pua sich sicher fühlte und wo es viel frisches Wasser gibt. Ich glaube, Pua ging auf die Suche nach frischem Wasser und nicht in den Sumpf. Auf die Wiese. Ja! Eine gute Idee! Bitte sieh sich dort nach. Okay. Ähm. Geht gern. Such Pua auf der Wiese. Ich glaube, die Quests habe ich sogar mal im Stream gesehen. Ich habe mich recht im Sinne. Ich habe es aber nicht komplett gesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Hier ist ein Pfotenabdrücke. Pumfund, 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 okay. Hallo! Wenn Pua Wasser gefunden hat, würde er als nächstes... Dinhalt etwas zu essen suchen? Ja! Und ich weiß, wo. Remis Restaurant im Dorf. Pua muss dort hingegangen sein. Lass es nachsehen! Toll! Lass uns später reden. Okay. Hallo Mini! Deine Quest muss ich auch noch weitermachen. Da sind Pfotenabdrücke. Hey! Pua hat das Essen kaum angerührt. Mein Freund muss weggelaufen sein, kurz bevor wir hier ankamen. Es gibt einen Ort, an dem Pua hätte gehen können. Und das ist... Der Wald? Das macht am meisten Sinn. Sollte sich Pua für etwas erschrecken, wird das lange Gras und das Schatten der Bäume ihnen Sicherheit geben. Lass uns nachsehen. Auf Wiedersehen! Okay. Such Pua im Wald. Du bist gefangen. No. Oh. Kiste. Oh. Was ist da diesmal drin? Grüne Uni-Jacke. Nett. Hier. Danke. Du hast mein Freund gerade vor, hier bei mir zu haben, bringt so viel Erinnerung zurück. Ich habe so ein Gefühl, dass wir mit diesen Anführer-Scherben etwas tun müssen. Ich weiß noch nicht was. Wir sollten auf jeden Fall später reden, okay? Jamlo. Kleidungssets. Uni-Jacke. Aufgaben. Vajana. Du hier! Ich habe an dich gedacht. Erinnerst du dich noch an die ganzen Anführer-Scherben, die wir gesammelt haben? Jetzt weiß ich endlich wieder, wofür sie sind. Willst du das wissen? Yep. Auf meiner Insel Motunui haben wir eine Tradition. Auf dem höchsten Berg befindet sich ein Steinhaufen. Jeder neue Häuptling legt seinen eigenen Stein auf den Haufen. Wenn man das tut, wächst die ganze Insel in die Höhe. Jetzt erkenne ich, dass die Anführer-Scherben wie diese Steine sind. Jeder einzelne ist ein Zeichen von Führungsstärke. Danke. Zusammen machen sie dich zu einem Anführer. Wir müssen also die Anführer-Scherben stapeln? Ja, aber es benötigt mehr als das. Wir müssen die Anführer-Scherben an einem Ehrenplatz stapeln. Wir haben keinen auf der Insel, also sollten wir einen bauen. Da wäre noch eine Sache. Was? Ich denke, du solltest ebenfalls als Anführerin geehrt werden, denn du bist eine tolle Anführerin. Danke. Es bedeutet mir sehr viel, das von dir zu hören. Aber wenn du willst, dass ich ein Teil davon bin, musst du auf die Insel zurückkehren, da wir uns kennengelernt haben. Meine Scherben sollten eine Muschelschale sein. Wenn du eine findest, verwende sie, wenn du den Ehrenplatz baust. In dieser Weise werde ich immer bei dir sein. Wir werden uns gegenseitig unterstützen. Wenn du alles hast, such dir einen Ort für den Ehrenplatz in der Nähe deines Hauses und komm zu mir. Und hier, nimm die Anführer-Scherben. Du wirst sie brauchen, um die Feier zu verenden. Mhm. Ich will hier mal was nachgucken. Ja. Ich kann mit Pua rumlaufen. Ist das jetzt... Ah, das ist auch ihre letzte Aufgabe. Ja, dann machen wir, wir Vajana, auch mal fix fertig. 19, 23. Kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Braucht auf jeden Fall jetzt mehr Eisen. Ja. Auf jeden Fall mehr Eisen. Damit ich halt die Bahn herstellen kann. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.